Hallo, schön, dass ihr zuseht. In diesem Video erkläre ich euch das Markenspiel. Ich erkläre, wie das Markenspiel funktioniert und wie man damit große Zahlen verstehen kann und legen kann. Viel Spaß! Ihr kennt ja für das Rechnen schon das DINES-Material, in dem es Einer-Würfel, Zehnerstangen, Hunderterplatten und Tausenderwürfel gibt. Und in diesem Material ist es so ähnlich. Es gibt auch wieder Einer, Zehner, Hunderter und ein Tausender. Und mit diesem Plättchen kann man jetzt, genau wie mit dem DINES-Material, ganz viel rechnen oder auch Zahlenrätsel legen. Und damit beginne ich mal, dass ich ein Zahlenrätsel lege und wir gemeinsam überlegen, welche Zahl das sein könnte. wird und dann werden wir es gut. wird und dann die Linke, mit dem DINES-Material, bei der Säge der Rechnen, also haben wir die Linke zu bestätigen. Ich habe es gut gemacht. Keine Legezrecke, habe ich dabei eine Anwendung, die Blöden der Böden der Böden der Böden der Böden der Böden der Böden der Böden, und alle Fägezchen und bepickt werden. Jetzt könnt ihr mal überlegen, ob ihr schon wisst, wie die Zahl heißt. Jetzt zählen oder schauen wir gemeinsam. Wir haben Zweitausender. Wir haben Dreihunderter. Wir haben Sechs Zehner. Und wir haben Vier Einer. Und so sieht jetzt unsere Zahl aus. Und sie heißt 2364. Versuchen wir noch eine zweite Zahl. Dann geht's. Das war's für heute. Jetzt könnt ihr wieder erstmal kurz überlegen, ob ihr es vielleicht schon wisst. Und jetzt zählen wir gemeinsam. Eins, zwei, drei, vier, fünf Tausende. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Hunderter. Fünftausend neunhundert, zwei Zehner. Zwanzig, fünftausend neunhundert zwanzig. Und eins, zwei, drei, vier, einer. Fünftausend neunhundert vierundzwanzig. Versuchen wir noch eine Zahl. Man kann natürlich auch kleine Zahlen mit diesem Material legen. Zum Beispiel zwei Zehner, zwanzig, ein, einer. Einundzwanzig. Jetzt erkläre ich euch nochmal die Regel mit dem Tauschen, die es ja beim Dienstmaterial gab und die es auch hier wieder gibt. Ich kann immer nur neun legen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und wenn es mehr als neun sind, also wenn jetzt noch ein Zehntes dazu kommt, dann passiert etwas. Dann muss ich tauschen. Alle zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, wandern zurück und werden zu einem Zehner. Und da mache ich das wieder genauso. Ich darf wieder zehn hinlegen. 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Und ihr hört es schon. Jetzt kommt 100, der Zehnte nämlich. Und zehn Zehner. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Zehner bilden einen Hunderter. Ich darf tauschen. Und jetzt mache ich das wieder mit den Hundertern. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Nach 900 kommt ein Tausend. Also darf ich wieder tauschen. Es passiert was bei zehn. Es sind genau zehn. Ich zähle nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und die tausche ich. Zehn Hunderter ergeben einen Tausender. Und das machen wir nochmal mit den Tausendern. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Und ihr hört es schon. Jetzt kommt 10.000. Bei zehn passiert was. Die zehn müsste ich jetzt nehmen und gegen einen Zehntausender tauschen. Die werden dann wieder blau. Aber die habe ich gar nicht. Also kann ich das nicht machen. Aber ihr versteht jetzt, wie das Prinzip des Tauschens funktioniert. Immer wenn ich zehn habe, darf ich sie gegen die nächsthöhere Kategorie tauschen. Ich weiß, wie das alles ist. Drei, 4.000, 5.000, 5.000, 6.000, 7.000, 7.000, 7.000, 8.000, 7.000, 9.000, 8.000, 9.000, 9.000, 11.000, 9.000, 8.000.